Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs, weil wir müssen die Bertha noch testen, bevor es richtig groß in den Urlaub geben, in unseren zwei Wochen Urlaub. Wir sind auf dem Weg nach Camping Weichselbrunn, genau, der ist in Bodenwöhr am Hammersee, in Bodenwöhr liegt in Nauberpfalz in Bayern. Genau, da sind wir jetzt unterwegs, das ist von uns nicht so weit weg, eine Stunde, jetzt standen wir gerade im Stau in Regensburg, aber es läuft dann wieder. Wir brauchen noch 20 Minuten, dann sind wir da und wir zeigen euch den Platz natürlich. So, also hier stehen wir jetzt auf Camping Weichselbrunn, genau. Ja, das ist recht schön, der Campingplatz, der ist direkt am Hammersee. Wir stehen ein bisschen weit hinten, zwischendrin geht noch eine Straße lang. Der Campingplatz ist auf zwei Teile aufgeteilt, der untere Teil ist dann direkt am See, das zeigen wir euch dann gleich. So, hier ist die Straße, wo ich vorhin erzählt habe, da muss man natürlich jetzt rüber gehen. Genau, und hier geht es dann zum Campingplatz. Da sieht man schon ein bisschen Wasser. Hier links sind die Duschen und zum Spülen, Geschirrspülen. Duschen, Toiletten, alles recht sauber als Ski. Neu auch. Ja, also hier ist der Platz zum Entleeren des Wuppertienstes. Es gibt leider nichts, wo man die Toilette, also die Kassette dann einfach so ins Klo reintun kann. Man muss den Automaten nutzen. So, der Automat läuft. Mit meiner Kassette. Camping Butler. Mit Zusatz 3,50 Euro, ohne 2 Euro. Wenn man jetzt mal so guckt, passt schon der See. So, wenn man Glück hat und es ist frei, wie hier, hat man natürlich direkt Platz am See. Da vorne ist noch ein kleines Sprungbrett und weiter vorn ist so eine Treppe, wo man reingehen kann. Also an sich ein echt schöner Campingplatz. Da haben wir noch mal ein kleines Häusel. Das ist da drin wahrscheinlich auch Toiletten zum Abspielen. Oh, Waschmaschine. Waschmaschine. Warte, jetzt mal abspülen. Okay. Das Waschhaus. Und da unten ist der Einstieg in den Hammersee. Hammersee. Weichselbrunnersee. Hier darf man auch angeln, so wie ich das gelesen habe. Jetzt sind wir gerade mit dem Rad unterwegs. Ernie hinter mir. Hallo. 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 Läuft. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020